Der Untergang der Titanic war der erste große Absturz des Menschen auf dem Höhenflug des technischen Zeitalters. Damals war die Titanic das größte Schiff der Welt, 279 Meter lang, 46.000 Bruttoregistertonnen, ein Kreuzfahrtschiff der Extraklasse. Dass dieses Schiff sinken kann, dass jedes Schiff sinken kann, das glaubte bei seiner Jungfahrtfahrt vor 100 Jahren niemand. Nur sehr notdürftig waren Schiff und Besatzung für diesen Fall gerüstet und selbst nach der Kollusion mit dem Eisberg glaubten viele nicht an einen möglichen Untergang. Heute, 100 Jahre nach der Katastrophe vor Neufundland, reiht sich die Titanic ein in eine lange Reihe anderer technischer Katastrophen. Namen wie Zeppelin, Lengede, Tschernobyl oder Deepwater Horizon stehen für unzählige große und kleine Katastrophen, die zigtausende Opfer kosteten. Opfer von Technik und Fortschrittsglaube, Opfer von Fahrlässigkeit oder Geldgier. Mit der Titanic ist der Glaube an den technischen Fortschritt untergegangen, aber nur für kurze Zeit. Gleich danach ist er stärker und wagemutiger wieder aufverstanden. Spätestens seit der Atomkatastrophe in Fukushima glaubt heute niemand mehr an die absolute Sicherheit der Technik und einen wirklichen Fortschritt bei der völligen Beherrschung der Naturgewalten. Der Mensch ist Teil der Schöpfung und nie ihr Beherrscher, so einfach formuliert ist der Schöpfungsbericht. Untertan soll sich der Mensch die Natur machen, aber auch hegen und pflegen. Die biblischen Autoren haben von den technischen Möglichkeiten späterer Jahrhunderte nichts gewusst, aber heute im 21. Jahrhundert müssen wir die Chancen und Risiken jeglicher Technik genau abwägen. Heute, am Jahrestag des Untergangs der Titanic, müssen wir der Opfer des Fortschritts gedenken, der Toten auf dem Weg zu unserem Wohlstand.